Action-Sport pur, großes Kino. Um 10 Uhr geht's los, dann Zusammenfassung im BR um 17 Uhr und 13.30 Uhr Livestream mit Julia Mannhardt, endlich mal eine hübsche Dame neben mir im Kommentatorenkammer. Und dann noch natürlich Zusammenfassung, Sonntagnachmittag vom zweiten Tag hier beim Heimweltcup in Ostin einschalten und wenn ihr die Zeit nicht merken könnt, lasst es einfach laufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017